Sohn, trete ein. Ja, Vater, es ist soweit. Frauen sind mittlerweile komplett gleichberechtigt auf einer Stufe mit uns Männern. Du bist jetzt ein Mann geworden. Ich habe mein Leben lang nur auf diesen Moment hingearbeitet. Erinnerst du dich noch an die Einzelheiten? Weißt du, was du jetzt zu tun hast? Gehen wir es lieber noch einmal zusammen durch. Da ist deine Schule. Erledige das, was zu erledigen ist. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Mach deinen Vater stolz. Völkerball, Kopftreffer auf Mädchen, der gewertet wird. Drei. Punkt zählt. Vergiss nicht, Aladin zu folgen. Sonst bist du dein Nächster.